Gute Nachrichten von der Twitter-Front. Ja. Elon Musk hat es geschafft, dass die EU-Kommission befindet, dass X vom Digital Markets Act nicht betroffen ist, weil es obsolet ist. Das ist der ultimative Dies, oder? Also, wie viele Milliarden hat er gezahlt dafür? 55 Milliarden, oder? 55 Milliarden für eine Plattform, die in jeder Hinsicht, sei es jetzt bei Unternehmen, in der Politik, im Journalismus, eine extrem große Relevanz gehabt hat, was die EU-Kommission schon auf dem Schirm gehabt hat, eben mit Hinblick auf den DMA. Er hat es gekauft, vor zwei Jahren knapp, und geschafft, dass es obsolet ist, dass die EU-Kommission entscheidet. Nein, die unterliegen jetzt nicht dem DMA, weil... Ja, aber das ist wirklich nicht mehr, ich habe wirklich einiges geschrieben, das ist nicht mehr Relevanz, um Unternehmen und Kunden zu erreichen. Genau. Oder für Firmen, um Endkunden zu erreichen. Genau. Es ist korppotenzieller Gatekeeper. Na, gut. Ich meine, das ist Leistung, das will er keine Ahnung haben. Also, ich bin jetzt gespannt, wie reagiert jetzt Elon Musk drauf? Ja, er freut sich. Ja. Weil jetzt muss er das nicht umsetzen, was da drin wäre. Ja, oder er ist pisst, weil er sagt, wohl, hey, hallo, fuck, wir sind voll relevant, und wir sind ja Gatekeeper, dann muss er aber zahlen. Das ist bei so... Ja, gut, das ist stimmt, bei solchen Leuten ist immer schwierig. Die Entscheidung müsste jetzt sein Ego ziemlich treffen, würde ich fast sagen. Ist schwierig mit. Ist schwierig, kann aber auch das sein, könntest recht haben. Habe ich nicht bedacht. Ja, das ist aber, sagen wir so, die Leistung von Musk her, kenn ich an. Das muss ihn lassen, also als Twitter wirklich ein X draus zu machen, ist okay, ist gut. Also von A, der relevantesten Plattformen, wo eigentlich alles in Sekundenschnelle bekommen hast, dass du komplett irrelevant bist. Das ist Leistung. Also das ist... Also da muss man einen Hut, da muss man echt einen Hut davor ziehen. Das kriegst du, musst du erst einmal zusammenbringen. Ja, und das ist halt offiziell jetzt bestätigt. Hammer. Hammermäßig, ja. Also ich würde sagen, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Du, ich sag so, mir hat das super viel Zeit gespart, seit er das gekauft hat. Ja, ich hab's jetzt... Also, ich vermisse es nicht einmal. Ja, das Software und vermissen oder Social Media Dienste und vermissen, das ist sowieso eine ganz eigene Story. Nein, aber was ich da in der Woche Zeit verschwendet habe auf dem Ding. Ja, jetzt verschwendet es sort of Threads, oder? Nein, da schaue ich nicht so oft drauf. Das ist das Gute, weil da ist nicht so viel los. Da schaust du einmal eine Minute drauf, dann hast du eh alles. Ja. Ah, da muss ich noch... Da habe ich nachher noch was. Okay, das stimmt. Also, insgesamt super. Ja, sicher. Also, von mir, das kann man Meter als nächstes kaufen. Na, lass, lass, na, 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 das ist zu viel Daten. Ja, okay, das stimmt. Aber sonst rein, wenn er das auch so oben wirtschaftet und das dann auch zusperren muss. Ja, ja. Oder nicht mehr relevant ist als Plattform. Du, super. Ja, ich sehe die Frage, wie, Facebook wird immer noch als relevant angesehen, gell? Ja, ja, für einen Meter, also, ich sehe sicher. Ja, okay. Ich komme erst nächstes bei mir. Ah, okay, cool.